Heute möchte ich euch zeigen wie man einen Handtuchhalter annäht und zwar ich habe hier ein Handtuch gefunden bei mir da war noch kein Halter dran und jetzt zeige ich euch das erste mal wie wir das markieren also ich nehme das immer an der kurzen Seite dann nähe ich das an ich habe hier das Handtuch in der Hälfte zusammen gefaltet wie ihr seht dann messe ich da so ungefähr und mache bei der 2 einen Strich wenn ich es zusammen gefaltet habe kann ich das da direkt übertragen ja so und dann mache ich noch ein Stückchen weiter noch einen Strich und da zwischendrin will ich dann das Stoffband einnähen ich habe da so ein weißes Stoffband wenn ihr natürlich eins habt in derselben Farbe ist das optimal und ganz toll ich habe das jetzt leider nicht aber ich habe zumindest einen Faden der von der Farbe her passt die Fäden die kriegt übrigens ganz häufig in einem Discounter in so einem Set ja dann kauft ihr sowas dann habt ihr riesen Farben dabei wenn ihr Glück habt passen auch die ganzen Spulen schon in eure Nähmaschine rein und das ist dann richtig toll gut jetzt werde ich zuerst mal an dieser Markierung hier hier innen auftrennen da werde ich dann den Faden zurechtschneiden reinstecken das ganze dann vernähen und dann ist es fertig das werde ich euch jetzt in den nächsten Videos zeigen